Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche vom 11., da haben wir wieder die persönliche Tür, wo wir mit dem Wochenendimpuls schon drüber gesprochen haben, bis zum 17., Osterwoche. Es ist wieder eine Menge, 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 Menge los. Wir wählen die persönliche Tür. Merkur zieht parallel dazu in Stier. Merkur im Stier. Und Mars zieht in die Fische. Habt ihr das Zusatzorakel in der Infobox, beziehungsweise als Kanalmitglied wirst du ja zugeschickt bekommen. Und wir gehen in die Lyriden, in die Sternschnuppenzeit, aus dem Sternensystem Lyra, der Ton. Haben wir auch schon die letzten Tagesimpulse und mit dem Wochenendimpuls drüber gesprochen. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Schlage die entsprechende Richtung ein. Mach die entsprechende Aussaat. Wurzelschakra gibt die Energie in Mutter Erde, welche Richtung du jetzt brauchst und einschlagen willst. Und dementsprechend bekommst du Unterstützung. Das ist ja das, was ich euch immer sage. Das Universum bewertet nicht, bewertet nicht, verurteilt nicht. Macht gar nichts in diese Richtung. Wenn du, Merkur im Stier, eine Wiederholung brauchst von etwas, von einer Lernaufgabe und in diese Richtung aktiv wirst, wird das nicht bewertet, nicht verurteilt, nicht beurteilt. Das ist völlig okay. Dann brauchst du eben halt noch Zeit. Dann gehst du halt in die zeitlichen Verzögerungen rein von den Ergebnissen, weil du halt noch eine Wiederholungsrunde brauchst. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und wieder andere haben ihr Wurzelschakra geöffnet, arbeiten mit den irdischen Energien, mit Tatsachen, Fakten, mit Wort. Sind Kristallin, die Energiearbeit, die sich über das Wurzelsystem ausbreitet für eure Wunscherfüllung, habt ihr in der Infobox. Und 36, 29, das Kreuz und die Dame, da haben wir schon die Freiheit, das Schicksal selbst zu bestimmen. Du bekommst jetzt das, was du aussähst. Und das ist völlig okay, ob du da eine Aktiv wirst, eine Aussaat betreibst in Wiederholungen oder eben eine Lernaufgabe integriert hast und es die nächste Ebene sein darf. Feel free, jeder so oft er es braucht und solange er es braucht. Ja, darum geht es diese Woche wieder. Haben wir im Wochenendimpuls schon angekündigt. Du darfst wieder frei wählen, in welche Richtung du marschierst. Ja. Und auch ein Gegenüber kann das, ne? Ist ja klar. Ganz klare Kiste. Gut, da ich mit drei Kartendecks arbeiten sollte, habe ich zwei davon schon vorgemischt, ne? Wischen wir... Zack, weg. Wischen wir... Entschuldigung. Mischen wir mit den Wicker-Cards dann noch dazu, ne? Die Hard-Cards, ja. Und mein Kartendeck habt ihr auch in der Infobox, ähm, habe ich schon vorgemischt. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ne. Dass eine Menge los ist, äh, in der Osterwoche sieht man schon an der Menge der Karten, ne? Und auch das hier ist ja zusammen, ne? Der Merkur im Stier ist auch zusammen, die 26, ne? Ist auch für, für das Studium, ne? Für, für die Weiterbildung, ja? Für die Ausbildung, ne? Für die Lernaufgaben, ne? Setzt du Samen, ne? Setzt du Samen in, äh, noch eine Runde, völlig in Ordnung, ne? Dann übertragen die Lyriden auch das, ja? Es kommt jetzt auf den Ton an, Lyrer. Auf den Ton, der erklingt. Auf die Aussaat. Und das, äh, wird dann geliefert, ja? Das ist so... Für mich ist Merkur ja Hermes, ne? Hermes der Götterbote, Hermes der Versanddienst, he, 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 ja? Du bekommst, was du brauchst, ne? Und das, äh, bewerten und verurteilen wir nicht. Sondern, äh, wir sind da sehr, sehr, sehr neutral und verständnisvoll und liefern halt, ne? Liefern deine Bestellung, ohne die zu hinterfragen. Ja, dann mal ran. Wir gucken mal, was wir da für die einzelnen Elemente noch rausfinden können, ne? Und halten uns wieder an die Reihenfolge der Montage. Feuer, Erde, Luft und Wasser, alle am Start. Liebe Feuerzeichen, fangen wir mit euch an. Wonach gesinnt es euch denn? Oh, 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 oh. Guckt mal, den Elften haben wir auch morgen, ne? Das Tür. Äh, das, hier, ich hab heute echte Sprachprobleme, Leute. Das Tür. Finde ich gut. Hier möchte jemand, ja, auf euch zukommend, das Knöpfchen Sinnlichkeit drücken. Sinnlichkeit. Und, äh, möchte diese Sinnlichkeit, schaut mal, hier haben wir das Wurzelschakra mit drauf, ne? Ganz irdisch mit euch leben und erleben. Ähm, ja, das ist eine Wiederholung. Das ist, äh, das ist, äh, Merkur geht in Stier, ja? Vielleicht, äh, vielleicht, äh, braucht der, die das auch, äh, ja, ne, Luriden. Vielleicht äußert sich dieser Wunsch, ja, und, äh, wächst und gedeiht jetzt, ja? Ja, weil, ähm, wir haben ja dann tatsächlich, äh, Mai, Juni auch, ähm, geht ja Merkur in die Rückläufigkeit, ja? Und holt Vergangenheit wieder hoch. Und, ähm, ähm, es kann tatsächlich so sein, dass ihr rein energetisch, ne, Luriden, diesen Wunsch der Wiederauferstehung aussendet, weil wir dürfen das Osterwochenende nicht außer Acht lassen, ja? Osterwochenende, was bringt Ostern, ja, den Wunsch nach Wiederauferstehung oder eben nach Erlösung, ja? Wie gesagt, das wird weder bewertet noch beurteilt, noch verurteilt, ne? Und es kann sein, dass ihr mit diesen Luriden jetzt den, die Aussaat betreibt, hier noch eine Runde drehen zu wollen, ja? Und, ähm, durch diese Tür marschiert und dementsprechend kommt hier dann Mai, Juni mit dem rückläufigen Merkur eine entsprechende Wiederholung, ja, auf der sinnlichen Ebene auf euch zu. Weil es wird mir immer da reingelatzt, so der Satz, ne? Prüfe, was du dir wünschst, ja? Prüfe, was du dir wünschst, ja? Ja. Und hier, ähm, scheint ihr am 11., ne, zieht Merkur in den Stier, ja, also Hermes kommt angaloppiert, holt sich die Wünsche ab, sozusagen, ja, schiebt die auf die Luriden und sendet die ab. Und dann kriegt hier jemand aus der Vergangenheit, ne, diesen Pfeil im Po. Ja, dass hier, ähm, ganz, ganz, äh, viel Sinnlichkeit und Leidenschaft erwünscht ist und tritt dann als Echo, ähm, mit dem rückläufigen Merkur, ne, Vergangenheit tritt in die Gegenwart, nochmal empor. Ja, ja, schauen wir mal, was wir noch dazu bekommen können. Aber ich würde sagen, äh, definitiv, äh, wird hier eure Lust geweckt, ja? Ja, und ob es das energetische Abfragen vom Hermes ist, ne, vom Götterboten ist oder ob hier tatsächlich jemand aus der Vergangenheit, äh, euch betört, ja, ganz irdisch schon vor der Tür steht und euch betört, das werdet ihr dann die Woche selber sehen, ne? Auf jeden Fall haben wir hier nichts Neues. Nichts Neues. Ja, das ist eher so, ähm, ne, oder ob ihr da völlig raus seid und sagt, ne, was? Nein, 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 nein. Ja, aber der andere halt nun mal für seine Lernaufgabe, ja, noch Zeit braucht und deshalb eine Wiederholung anstrebt, ne? Das werdet ihr sehen, das werdet ihr sehen. Ja, hier schaut mal, da haben wir die Geister der Vergangenheit, ne? Ah, Scheiße. Ja. Ja, schaut mal, da haben wir die ganzen, alle drei Tage der nächsten Woche drauf. Hier, da haben wir den Elften, den Zwölften und den Dreizehnten. Ja, und das ist auch so. Hier, da möchte jemand wissen, ob er hier an den reich gedeckten Tisch kommen kann. Ja, hier möchte jemand wissen, jemand aus der Vergangenheit wissen, ob man hier nochmal Sinnlichkeit, Lust und Leidenschaft ernten kann. Hatten wir das nicht auch in einem der Tagesimpulse letzte Woche? Haben wir doch auch gezeigt, dass hier jemand mit die kommenden Monate, also hätten wir dann ja hier vier, fünf und sechs. Ne, elf, zwölf, dreizehn, ne, haben wir ja überall drei angezeigt, ja, die kommenden Monate auf der Ebene kommt, ja. Und das hier haben will, ne, ernten will. Ja. Ne, und das Einzige, was hier gerade gefallen ist, ja, das ist halt die Karte, dass ihr halt gucken müsst, ne. Ne, das sind die Geister der Vergangenheit, ja, weil das ist Halloween, ne, ob ihr euch auf diese Wiederholung, auf diesen Zyklus, auf dieses, äh, ja gut, nochmal drei Monate und deshalb dann im Sommer keinen Wendepunkt, ja, weil, ne, man so alle Bedürfnisse befriedigt kriegt, ob ihr euch darauf einlasst oder nicht. Ja. Liebe Feuerzeichen. Also auch bei euch, ne. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ne. Das würde dann bis Herbst so weitergehen, ne. Und wie gesagt, ne, wenn euch das reicht, ne, dass sich hier jemand nur auftankt, ja, weil ein anderes Interesse liegt hier nicht, ne. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ansonsten, ja, wenn euch, äh, weil das ist nicht so das, das ist, äh, nicht so das, was einem... Sieht mir nicht so aus, als würde euch das reichen mit dieser Karte, ja, dürft ihr aber natürlich selber entscheiden, ne, dann wird es jetzt Zeit, ne, da mit offenen Wurzelchakra, ja, ans Licht, ne, arbeite mit dem Licht, statt mit Scheinheiligkeit, Wochenendimpuls, ne, äh, das dementsprechend zu formulieren, ne. Ja. Aber auch wie passend, ja, ne, hier ist ein Gegenüber will's wissen, ja. Willi will's wissen. Willi will's wissen. Ja. Ne, darf, äh, Willi ja auch ruhig rausfinden, ne, und dann ist halt die Frage, Wochenendimpuls, ne, welche Richtung schlagt ihr ein, ne. Ich winde mich raus wie ein Wurm, willi will's wissen, ne, oder ich arbeite jetzt, ne, mit dem Licht, mit offenem Wurzelchakra und so weiter und so fort. Das, äh, dürft ihr anscheinend diese Woche entscheiden. Gut. Erdzeichen, was haben wir denn dann für euch? Tief ein und aus, als Chakrenspiralen, ihr hübschen, die Osterkerzen. Chakrenspiralen drehe ich, habt ihr in der Infobox, ja, den Rohrreiniger, den Rohrreiniger, ja. Genau. Die Erdzeichen brauchen einen Rohrreiniger. Der Durchfluss, ja. Oben wie unten, innen wie außen. Einmal durchfließen, bitte. Ihr seid, äh, sehr aus auf, ähm, Besonnenheit, Ruhe und Frieden. Auf, innen, aber es kommt mir, ja, weil ich hier jetzt auch schon wieder die, ne, da haben wir wieder die Tür, ne, die 33, der Schlüssel, die Tür. Ja, und die 10, äh, haben wir heute, ja. Und heute haben wir Portaltag, ne, ne, eine Tür. Also, ähm, scheint der heutige Portaltag sehr wichtig für euch zu sein und, ähm, wir hatten für diesen Portaltag, geht nicht durch die Tür der Scheinheiligkeit, ja. Und das ist so, ähm, Balance ist mehr so, nein, ich bereinige, kläre Dinge nicht im Außen, ja. Im Außen möchte ich, ähm, willkommen sein, ne, und bevor ich da irgendwie anecke oder eine Persönlichkeit entwickle, ne, eigene Wünsche, Bedürfnisse habe, schlucke ich lieber herunter und versuche, mich innerlich in die Balance zu bringen, ja, und das mit mir selbst auszumachen, ja. Ich atme das weg, ich atme das weg und auch wenn etwas mich aus dieser Balance wirft, ne, ignoriere ich das, weil wir heute für heute die Scheinheiligkeit angezeigt hatten, ja. Und wir haben bei euch den heutigen Portaltag hier liegen, ja. Und schaut, wenn wir das addieren, haben wir nämlich die 43 und was ist die 43? 43, die 7, ja, das ist dann nur eine Hinauszögerungstaktik, weil irgendwann klappt das nicht mehr. Warum klappt das nicht mehr? Weil wir halt nun mal, ja, mit dem, was ihr hier versucht, ne, in Balance zu bringen, in einem Körper inkarniert sind, ja. Und dieser Körper hat einen Mund zum Reden, ne, Beine zum Weitergehen und Arme zum Handeln, ja. Und wenn wir diese drei Ebenen der Verkörperung ignorieren, dann hauen wir uns selbst eine rein und wenn wir uns selbst eine reinhauen, dann zeigt uns der Körper das, ja. Gerne durch erstmal Hauterkrankungen, weil es von außen kommt, ne. Also durch Neurodermitis, Pilz, trockene Hautstellen, Juckreiz, ja. Wenn wir das alles ignorieren, ne, und es weiter treiben, dann geht es von außen immer mehr ins Innen, ja. Es scheint ja schon der Punkt zu sein, wenn ihr versucht, das wegzuatmen, ja. Und im Inneren geht es dann als erstes an die Entgiftungsorgane. Der Körper versucht immer noch, das loszuwerden, ne. Niere, gerne Gallensteine, ne. Steine stehen für Blockaden, ne. Ähm, Nieren, Leber, ja, sowas, ne. Seine Rückenschmerzen, du buckelst zu viel, ja. Die Belastung auf dem Rücken wird zu groß, ne. Du kannst nicht die Sachen der anderen buckeln, das geht einfach nicht, ne. Ja, und ganz am Ende die schlimmeren Dinge, die will ich jetzt nicht aussprechen. Die mag ich nicht, die ignoriere ich. Die existieren in meinem Energiefeld nicht, ja. Die lasse ich da nicht rein, Punkt. Passt da Ende aus. Ja, weil das haben wir hier so ein bisschen angezeigt, ne. Ihr seid da, äh, sehr, ähm, der Portaltag am 10., ne. Scheineiligkeit, ja, nach außen, ne. Und im Innen versuche ich das wegzuatmen. Ich atme das weg, ich atme das weg. Opossum, ihr macht das, Opossum. Ja, und leitet damit, ne, 43, 7, ja, hier. Karma ein, ja, und sende damit, ähm, Hermes aus. Ich brauche eine Wiederholung, ne. Weil mit der Lernaufgabe, hier das Wurzelschakra zu öffnen und irdisch mit Licht zu arbeiten, habe ich noch nicht integriert. Ich bin noch im Wegatmen. Ich atme schweck. Ich mache das Opossum. Okay. Tief ein- und ausatmen. Das ist ganz lustig, weil das Bild, äh, was ich hier kriege, ist, ähm, ein Geburtsvorbereitungskurs, ja. Wo jetzt ganz viele Erdzeichen im Kreis sitzen, ja, und, äh, versuchen, diese Geburtswehen, ja, es will etwas, ne, geboren werden, ja, es will etwas auf die Erde gebracht werden, diese Geburtswehen, ne, wegzuatmen, ja. Ihr seid im Geburtsvorbereitungskurs. Ja, hier, schaut mal, ne, habe ich gerade schon gesagt, ne, der, der Zehnte hier ist euer Portaltag, ne, und da haben wir zweimal die 31. Ne, hier galoppiert, rauscht etwas in eure Richtung, ist vielleicht heute auch schon da, und ihr macht, ich atme es weg, ich atme es weg, ich atme es einfach weg. Sweet. Ja, genau, das ist, äh, funktioniert hier aber nicht. Ja, das ist, äh, das Rauschtier, ne, hier, ne, ja, Merkur rauscht hier in eure Richtung, ne, und möchte hier, ja, den Frühjahrsputz betreiben. Ja. Möchte hier, dass man, äh, dass man sich von dem befreit, was einem von Glücklichsein abhält. Eure Idee ist aber, ja, ihr begegnet diesen Energien des Frühjahrsputzes mit, ich atme es weg, ich atme es weg. Ja, ich bring's nicht auf die Welt, ich atme es weg. Ja, ich bin, äh, bitte recht freundlich und atme es weg. Ja, gut. Ja, gut. Das ist, äh, dann aber, ne, wie gesagt, der, äh, Geburtsvorbereitungskurs, ne, und, ähm, man kommt nicht umhin, ja, wenn das Kind, äh, wenn das Kind drin ist, ne, und man Angst vor der Geburt hat, äh, das interessiert das Kind herzlich wenig, irgendwann kommt es raus, ja. Es kommt raus. Ja. Ja. Es kommt raus. Das ist tatsächlich wie bei einer Geburt, ne, das ist ja bei ganz vielen Frauen so, ne, dass, ähm, die Schwangerschaft ganz schön ist, aber, äh, vor dem tatsächlichen, ähm, Geburtsakt hat man einen gewissen Respekt, ne. Ja, und, äh, das hab ich hier bei euch. Und dann, ähm, lauft ihr hier diese Woche Gefahr, ja, euch zu entscheiden, ne, die Geburt, die Geburt in die Länge zu ziehen, hinaus zu zögern, hinaus zu ziehen. Ich atme es weg. O posse. Ja, okay. Gut. Gut. Was haben wir denn dann für die Luftzeichen? Uuuuh. Ihr öffnet euch der Vielfalt der Möglichkeiten. Open-minded. Open-heart. und bekommt hier für diese Öffnung eine Idee. Hier. Ich glaub, ihr habt euch den Zeitenwandler geholt, ja. Ich glaub, ihr habt eine neue Zeitschiene eingeleitet, ja. Ihr sagt so, nee. Nee. Also, ne, hier auf die, ihr sendet so ab, auf diese ständigen Wiederholungen hab ich jetzt aber keine Böcke mehr, ja. Da muss es doch noch was anderes im Universum geben. Ja, und Merkur antwortet, ne. Ja, klar. Gibt es auch, ja. Wenn du dich entscheidest, ne, nicht mehr denselben Weg zu gehen, haben wir hier für dich schon einen neuen Plan, eine andere Idee. Okay. Ja, also ihr Luftzeichen seid sehr, sehr an die Planetenenergien angebunden gerade, ja. Also, könnt ihr euch auch Mars und Venus in die Fische gönnen, ja, genauso wie die Energiearbeit. Ja. Weil ihr seid open-minded und bekommt dadurch, äh, neue Energien. Warum seid ihr open-minded? Ja, weil ihr mit den Tatsachen und Fakten arbeitet. Ihr habt das offene Wurzelchakra. Ihr fragt das Universum, ja, nach, äh, neuen Möglichkeiten und Ideen. Ihr sagt so, oh, nö, nö, nein, m-m, nein, das habe ich ja schon gehabt, ne. Das habe ich ja schon gehabt, das brauche ich jetzt nicht nochmal, ne. Und, äh, damit bekommt ihr auch entsprechend Neues, äh, gesendet, übertragen. Haben wir ja auch hier, ne, als Eins, ne, hier. Als Eins, ne. El Merkur. Hermes, ne. Ich hätte jetzt gern mal neu. Ich hätte jetzt gern mal neu. Und bekommt auch dementsprechende Ideen, Nachrichten rein. Ja. Warum? Weil ihr, hier schaut euch das an. Haben wir 1 und 25, ne. Weil ihr, hier. kommt ihr vor, als werdet ihr, Hermes. Hahaha. Seid ihr die Woche die Verkörperung von Hermes? Und hier werden auf jeden Fall, ähm, ganz viele Ideen und Möglichkeiten gegeben, mit denen ihr arbeiten könnt. Jo, super. Meine Tochter ist Hermes. Finde ich gut. Ich bin aber neugierig, was die so diese Woche hat. Aber bei uns ist Osterferien, die ist die nächste Woche gar nicht da. Die macht Urlaub bei Oma. Mit Schmetterlingspark, Dinopark. Ja, aber seht ihr? Die hat, äh, ganz viel Neues, ja. Die hat, äh, ganz viel Neues nächste Woche. Ihr lieben Luftzeichen. Das hört sich toll an. Das wünsche ich euch auch. Entschuldigt, das ist mir gerade außer Hand gefallen. Das giltet nicht. Das giltet. Oh, guckt mal. Da haben wir die, da haben wir schon wieder die 25 drauf. Guckt euch das an. Ich sage ja, ihr seid Hermes. Was ist da los bei euch? Was ist da los bei euch? Ja, Knaller. Hier kommen in euren Verbindungen Nachrichten. Ja, über, ähm, das ist kreativer Fluss, ja. Hier ist ganz viel Kreativität, ja. Hier ist, ähm, hier sind Ideen, was man, äh, jetzt für Zyklen angehen könnte. Hier werden auch Ideen in euren, ihr seid in Verbindungen mit Schöpferkraft, ja. Hier kommen Verbindungen mit Schöpferkraft auf euch zu. Hier kommen andere auf euch zu mit, äh, Ideen, was man, äh, machen könnte. Was man machen könnte, was man gestalten könnte, wie man, das stimmt. Ja, also der Dino-Park, der Schmetterlings-Park und so weiter und so fort, waren auch nicht die Ideen meiner Tochter, ja. Meine Tochter hat einfach nur gefragt, was machen wir jetzt, ja. War open-minded, ne, und dann, äh, kam die Oma hier mit einem Ideen-Katalog. Hahaha. Ne, und das, äh, haben wir hier liegen, ja. Ihr seid einfach nur, ihr öffnet euch, ne, für, ähm, das Universum der Möglichkeiten und andere, ja, andere, ne, die mit euch verbunden sind, bringen euch entsprechende Ideen. Wie es jetzt weitergehen könnte, um es auf Beziehung zu beziehen, ja. Ähm, Vertragsangelegenheiten, neue Verträge, ähm, Arbeit, ja, neue Projekte, neue Teamkonstellationen, das Einzige, was ihr die Woche braucht, ist, äh, ein Open Mind, ne, und, ähm, euer Element, Luft, ne, also sprich, bei den ganzen Ideen, die hier in eure Richtung getragen werden, ne, ähm, müsst ihr geerdet bleiben, ne, das ist wichtig, ja, dass ihr jemanden, äh, dass ihr nicht in, in, aus Tatsachen und Fakten kippt, ne, aber da mache ich mir ja keinen Kopf, ja, dass ihr, äh, das dann nüchtern und realistisch betrachtet, ja, weil das, das ist hier, ähm, das ist hier ein Brainstorming, ja, ne, und, ähm, was, das Einzige, was ihr braucht, ist dann so, naja, aber mal ganz nüchtern betrachtet, funktioniert das ja nicht, weil, äh, was weiß ich, ja, dafür haben wir die Mittel nicht, oder, ähm, ne, so, damit sich dann ganz irdisch, ähm, auch, ne, etwas realisieren lässt, ja, also nicht nur den, den Kopf in den Wolken stecken, ne, und da kommt was, äh, ganz geniale Teamarbeit, ja, bei euch ist diese Woche Teamarbeit gefragt. Und mit dieser Teamarbeit, äh, kann für euch, üb, auch über das Wort, da sind wir wieder bei der kristallinen Energie, ne, äh, über das Wort, ein genialer, aufschwungbringender, neuer Zyklusbeginn. Das freut mir. Das sieht gut aus bei euch, ja. Ne geniale Aussaat, ja, Frühling, Aussehen, die aber zu euch kommt. Richtig, richtig gut. Wasserzeichen. Oh, auch Wunscherfüllung. Ja gut, okay, aber die Wunscherfüllung haben wir bei allen, ne. Was, was ihr euch jetzt wünscht, ne, weil da sind wir, hier schaut mal 14, ne, da sind wir heute, ne, in der Scheinheiligkeit, ja. Was ihr euch wünscht, ne, ob, äh, ob es hier, ne, das, eine Wiederholungsrunde ist, ne, oder, ähm, hier, das, das sieht man ja dadurch noch nicht, ja. 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 Ja, und deswegen ist es auch wichtig, ne, schaut auch hier, haben wir die 25 mit drauf, ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr nicht nur Loyalität, ähm, den, der Wunscherfüllung anderen gegenüber zeigt, ja, sondern auch euch selbst, ne, und dann haben wir hier auch den ödischen Erfolg, ne, wenn ihr euch selbst gegenüber, ähm, loyal bleibt, ne. Das ist hier der Ritterschlag für Loyalität und Treue. Knaller. Ja. Vierzehnten. Gründonnerstag. Gründonnerstag. Verrückt, 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 ja. Also, wenn hier andere auf euch zukommen, ne, und euch mitteilen, was sie für Bedürfnisse haben, was sie für Wünsche, für Sehnsüchte hätten, ja, was sie gerne verwirklichen würden, und so weiter und so fort, dann ist eure einzige Aufgabe, um, ne, nicht in Karma und Wiederholung und so weiter und so fort zu treten, ne, euch in den Verbindungen, ne, selbst treu zu sein, ja. Nicht nur für andere, ne, deren Wünsche und Sehnsüchte erfüllen, sondern darauf achten, dass das mit euren eigenen auch übereinstimmt, ne. Weil die Frage, die hier drüber liegt, ist halt so, wem schwört ihr die Treue? Na, und dann wisst ihr ja, in erster Linie euch selbst, sonst werdet ihr krank, ja, und wenn ihr euch selbst gegenüber treu und loyal seid, dann bekommt ihr auch dementsprechend automatische, ne, Rosenquarz-Armband Gleichklang-Seelchen. Ne, es geht ja nicht anders. Warum? Weil ihr dann nicht hunderttausend Facetten, Maskeraden, kennt ihr alles, ne, haben wir schon x-mal drüber gesprochen, tragt, ja. Weil dann nicht die, die Fassade, die Maske irgendwas anzieht, was zu der Maske passt, ne, sondern das tatsächliche, sind aber wieder in der Energiearbeit, ne, das tatsächliche, authentische Ich, ne, das Kristalline, der Kristall dementsprechend an einen anderen Kristall andockt, ne, ja, hier genau, da, guckt, ne, darum geht's halt nicht. Darauf müsst ihr halt achten, ne, sage ich euch auch 36. Minute, ne, da sind wir wieder, 29, 36. Wem gegenüber, ne, schwört ihr hier Loyalität und Treue? Das ist bei dieser Wunscherfüllung wichtig. Das ist beim Absenden an Hermes wichtig, ne. So dieses, ach, meine Wünsche und Sehnsüchte sind egal, ne. Hauptsache, die anderen sind glücklich. Ja, dann ist das auch okay, ne. Dann ist das auch okay, aber dann kommt das eben auch so, ne. Dann braucht man sich hinterher, braucht man dann halt nicht, ähm, jammern, ne, jammern oder sich beschweren. Also immer gucken, ne, ist das ein Gleichklang-Seelchen, ja, stimmt das, äh, überein oder geht es mir nur darum, ne, von anderen, weil ich deren Wünsche erfülle, zum Ritter geschlagen zu werden, ne. Dann macht man sich irgendwann zum Esel, ne. Und das fühlt man dann auch, ne. Dann fühlt man auch, ja, es halt geben und nehmen nicht im Einklang, ne, Frühlingstag und Nachtgleiche, ne. Dann wird man aus der inneren Balance geworfen, ne. Dann kann man hier wie Erdzeichen versuchen, das eine Zeit lang wegzuatmen, ne. Ihr seid hier, ihr kollabiert hier mit den Erdzeichen zusammen, ja. Kommt auf die gleiche Idee. Und das ist halt die, äh, Gefahr, ne. Ich schwöre dir Treue und, äh, gebe dir all meine Loyalität, ja. Sodass sich deine Bedürfnisse und Wünsche und Sehnsüchte erfüllen können, ne. Und, ähm, hier kennt auch jemand, äh, die Knöpfe, ja. Hier weiß auch jemand, welche Karotte er euch dafür, ne, RCS euch dafür vor die Nase halten muss, ne. Damit ihr in eine Wiederholungsrunde einsteigt, ja. Und dann müsst ihr halt wissen, ähm, ob diese Karotte, ne, Würmer enthält. Ja, hier, ne, Wurm. Oder, ähm, ja, hier genau, da. Das ist, äh, der See der Wahrheit, ne. Ja, habt ihr auch eine Meditation, wo ich euch zu diesem See führe, ne. Die, Lunas Meditation, ne. Zum See der Wahrheit. Ja. Genau. Und das ist hier aber, ne, bedingungslose Liebe erst zu euch selbst, ja. Und wenn ihr euch selbst gegenüber treu und loyal seid, dann wisst ihr ja, ne, was ihr für Wünsche, für Sehnsüchte und für Bedürfnisse habt, zieht, wie gesagt, ne, ein entsprechendes Gleichklang-Seelchen an. Und weil dieses Gleichklang-Seelchen ja zum authentischen Ich passt, könnt ihr dieses Gleichklang-Seelchen auch bedingungslos lieben. Ja, ist ja logisch, ne. Hier, schaut mal, und da haben wir die Fünf, ne. Da. Da haben wir den Baum. Da haben wir die Verwurzelung in sich selbst, mit sich selbst, ne. Da haben wir das Echte, ne. Wenn es echt ist. Und wenn es echt ist, braucht ihr keine Triggerpartner für eure Maskeraden und Fassaden, ne. Die ihr dann nicht bedingungslos lieben könnt, weil sie euch anbrechen, früher oder später, ja. Ne, weil sie dann nicht zu dem authentischen Kern passen, ja. Und sobald ihr, ne, im authentischen Ich seid, ja, euch selbst zum Ritter geschlagen habt, könnt ihr auch den anziehen. Und den kann man dann auch ohne Probleme bedingungslos lieben, ne. Aber wer noch in was nicht passt, wird krampfartig passend gemacht, ja, da ist es mit bedingungsloser Liebe echt schwer, ja. Das ist, äh, dann ne Kunst, ne. Das ist dann echt ne Kunst, ja. Ja. Na, guckt mal. Beltane, das Tor 5-5, die Energiearbeit, habe ich euch gesagt, ne, das Kristalline. Holt euch die Energiearbeit, ihr Hübschen. Da haben wir ja auch 5. Da, ne. Und ihr seid, ihr seid so nah dran, ja. Ihr seid so nah dran, ne. Hier, es ist in greifbarer Nähe, ne, in die bedingungslose Liebe gehen zu können, ne. Wenn ihr euch selbst treu und loyal gegenüber seid, dann, hier, kommt hier, ne. Beltane, ne leidenschaftliche Vereinigung. Aber eben in der Kristallenergie, ne. Im Kristallinen. Und auch ihr habt hier die Möglichkeit zu wählen, ja. Das hier. Aber das Glück ist schon in greifbarer Nähe, ja. Oder das hier. Holt euch die Energiearbeit. Holt euch die Energiearbeit, ja. und sendet hier eine ganz klare Absicht an Hermes aus. Die klare Absicht, ich mache mich nicht mehr zum Honk, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß jetzt, was ich will. Ja, 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 ja. Gut, gut. Gut. Oder die Absicht, ja, mein Herr und Gebieter, ja. Ne, das Götzenbild. Ich bete dich an, ich erfülle dir alle deine Wünsche und Sehnsüchte, ne. Ich mache mich hier zum Esel. Was ich brauche und will, ist Pellewumms egal. Das entscheidet ihr selbst. zu Ostern, ne. Wie will ich wieder auferstehen? Ich drücke euch die Daumen. 44. Minute sage ich euch das. Ja. Was für eine Spiegelung brauchst du, ne. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Also ihr seht, wie wichtig es diese Woche ist. Hier, guckt mal, ihr habt auch den Rohrreiniger mit drauf. Einmal durchgezogen. Also Wasserzeichen, Luftzeichen, gönnt euch eine, äh, Erdzeichen, Entschuldigung. Gönnt euch die Chakrenspirale, ja. Gönnt euch die Chakrenspirale zu Ostern. Entzündet euer Licht. Ja. Damit entlasse ich euch mal. Ja. Und wenn ihr mich braucht, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Und ansonsten hören wir morgen früh mit einem neuen Tagsimpuls. Bis dann. So. dann. Vielen Dank.